So, und hier wären wir wieder zurück bei Fallout 3, Missionspart 2, so würde ich das Ganze machen. Meine Mission hat es auch echt in sich, es ist viel zu sehen, viel zu lupen, und... Trotzdem muss ich die ganze Zeit in die Karte kommen wollen, dann... Ah, der letzte scheint das viel zu fangen... oder so... Wo war's das? Kleiner Umgelegt, wie ich alle gedacht hab... Echt auch nicht? Nö... Okay, wir können, glaube ich, auf jeden Fall uns in einem Umrecht erstatten. Das ist doch schön. Wollen wir rein? Hallo? Warten Sie eine Sekunde und machen Sie keinen Aufstand! Ach Gott, danke schön! Hallo? Hallo? Hier, Gustavo. Da! Hätte nicht gedacht, dass Sie das drauf haben. Ich lag wohl falsch. Ja, lagen Sie. Ohne die Gule ist das Leben deutlich unbeschwerter. Danke. Sie möchten jetzt doch sicher die Belohnung. Sie haben sie sich redlich verdient. Hier sind Ihre Kronkorken. Vertrag erfüllt, Honorar gezahlt. Deshalb sind wir aber noch keine Freunde, verstanden? Und jetzt... Ach, scheiße. Ich musste eh... Wir haben 20G bekommen, hab ich gerade gesehen. Ich musste grad meinen Ecke erst mal anschließen. Aber... Ziemlich gefährlich mit Angst stand. Erzählen Sie mir vom Jahr. Ich glaub, wir sind das gerade bekommen jetzt. Gerade in so einem Moment. Ich will weiß. Tempenny Tower abgeschlossen, hey. Ihm gehört dieses Gebäude. Wir bekommen unsere Kronkorken von ihm. Vergessen Sie das ja nicht. Sie haben einen Waffenvorfall und sie mit mir handeln. Ich denke, wir können ein paar Geschäfte... Du kannst auch noch ein chinesisches... Wir werden jetzt schaden. 29 ist da unten. Dann nimmst du das. Kannst du noch ein Polizeiklingerbild von mir haben. 2x eine Lederrüstung und Sombra und... Ne? Den Shit kriegst du nicht. Und hier, Vorkriegsgeld, Stangen, Zigaretten, Sensor-Module, schaffst du Zigaretten. Eine Milchflasche. Nachsport. Ja, Mann. Mann, Mann. Dankeschön. Oh, was hast du so? Pulsmide. Pulsmide. Auch wenn wir die gerne hätten. Dann fehlt mir selber. Na halt, nur Kampffusse. Pulsmide. Ah, 2, kann man damit nehmen. So, Kaliberschuss hier. 10 Millimeter Schuss. So viele, ruhig nicht wahr. 10 Millimeter Schuss. geben sie mir bescheid wenn sie sonst noch was brauchen wir müssen uns gerne in die Ruhe jetzt mit Gegenständen die ich nicht brauche wir sind aufgestiegen ja so und ihr wisst das was es heißt wir brauchen jetzt was wir auf 30 brauchen wachen los sprache hau ich uns auf jeden fall auf 40 schleichen wir auf 20 ich hoffe ich habe mich nicht wieder verskillt aber ich glaube eigentlich nicht egal schatzsuche mit dem extra schatzsuche finden sie einen behälter wesentlich mehr bei cola als sonst hätte mit dem extra hätte halten die weitere 10 prozent auf ihre gesamte schadenslose bis zum maximum von 85 ja was das mit dem eingeschraubt glücklicher tod füllen sie mit dem bleimagen mit dem extra bleimagen nehmen sie jedes mal wenn sie wasser aus einer verstreitenden fälle 50 prozent weniger strafe so ich nehme mal die herde auf jeden fall ich würde sagen wir begeben uns jetzt mal ganz kurz zurück nach megaton ja zum mal und so war auch und da die bombe scheint inaktiv zu sein aber eine genaue untersuchung zeigt dass sie noch funktionstüchtig und daher weiterhin sehr gefährlich mit der richtigen ausrüstung wäre es leicht wäre es ein leichtes die die sich mit mit der richtigen ausrüstung wäre es ein leichtes sie den sie detonationsbereit zu machen sie zu erschärfen würde aber ein hochqualifiziertes brennstoffwerk werden erfordern bomben detonationsbereit machen sie haben die fusionsimpulsdaten erfolgt eingesetzt die bombe ist jetzt detonationsbereit auf sichere entfernung natürlich ein ist der berg enthält ruhe zusammenhänge erkenne zusammenhänge ich weiß nicht ob ihr das auch so an sie ich bin ganz schön der arsch eigentlich ja ich mache hier übens für den penner töte seine gute alter und habe dadurch der karma verloren das heißt es war ja eine schlechte tat wenn ich die bombe ihn töte aber alles zu seiner zeit sein alles zu sein wenn wir den arsch aufgrund der es geht weiß ich wo er nicht gehen kann wenn wir nicht töten aber ich schätze erzählt sie nicht weiter so denn wenn wir uns gleich wieder so so jetzt ich sage mal so diesen hat nicht so in die Länge ziehen wie die anderen das war das lag eine Mission das tut mir leid eigentlich tut mir nicht leider ich weiß wie ich das meine guckt ja nicht jeder eine halbe stunde so na gut ich mach schon ja und wo ist denn der gute her jetzt in dem ja hier ne Tür wie Tür knacken? keine Tür knacken, bist du hier? hä? die wollen wir verraschen? denken sie noch nicht mal dran hier einzubrechen ja aber wie muss ich denn quatsch war ich hier falsch oder? war ich hier falsch oder? nein ich bin hier, hier bin ich richtig ach dieses Gebäude macht mich verrückt weiß auch nicht wieso so und jetzt äh bravo wie sie mit diesen Zombies fertig geworden sind ich grüße sie ja ich will zu Mr. Tempany was ist denn hier euer Problem alter? hier hier ein Genosse Held der Gemeinschaft hallo was ist es wie ist es denn unter dem Tempany Tower seit wir einen Genossen unter uns haben der sich um alles kümmert und Vorsitz unseres neuen Spezial-Sicherheits-Unterkomitees ist okay tschüss was auch immer ähm ja ich grüße sie ja 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 hey bin ich froh dass sie hier sind dieser Gustavo ist ein echter Loser im Gegensatz zu ihnen die Geschäfte laufen weiter gut bis später dann tschüss die holte ich auch ja aber wo muss ich denn jetzt hin? die kommen hier nicht weiter also anscheinend hallo ja ich grüße sie ich grüße sie ich grüße sie ich grüße sie ich will sie durch du Idiot Ich grüße Sie. Ja, das ist auch die Tür, Mann. Das Spiel verarscht mich übelst. Das raff ich nicht. Wieso komme ich da jetzt nicht hoch? Ach, Mann. Muss zugeben, Sie haben gute Arbeit geleistet. Ihm gehört dieses... Ja, ja, ja. Ach, Mann. Wieso komme ich denn nicht hoch jetzt? Wie sieht's aus? Ich bin doch gut. Sie sind ein echter Held, wie sie die Goule erledigt haben. Wow. Sie sind ein echter Held, wie sie die Goule erledigt haben. Ja. Sie sind ganz schön hässlich. Weil sie die gleiche Scheiße labert. Schnieke Bude. Edgar, diese Susan Lancaster ist eine echte Wichtigtuerin. Und wie sie mit all den Männern rumflirtet, sie hat einfach kein Scharengefühl. Ich war wohl abwesend. Edgar, ich rede mit dir. Das ist so mit ihm. Ein Moment, ein genick zu sein. Nutzloser Mann. Melisande, wieso suchst du dir unter den Damen im Tower nicht ein paar Freundinnen? Nicht, dass mich deine ständige Anwesenheit stören würde. Edgar, ich habe das Gefühl, dass du mich loswerden willst. Ist der Ofen wirklich aus, Edgar? Hast du eine andere? Ach, woher, du Dummerchen? Es ist nur, dass ich, ähm... Nun, ich denke, ein bisschen Zeit mit den anderen Damen im Turm würde dir gut tun. Die anderen Damen und ich kommen nicht wirklich gut miteinander aus. Sie sind verständlicherweise ganz schön eifersüchtig auf mich. Edgar? Unglaublich, wie Mrs. Chang die ganze Zeit ihren Mann meidet, oder? Ich war wohl abwesend. Denkt am nächsten Mal daran, wenn ihr in der Gegend herumschnüffelt. Wissen, nächstes Mal nicht. Three Dogger? Wuhu! Und ihr hört Galaxy News Radio. Sagen euch, die von mir alles so, wenn ihr weh tut. Es ist wieder Zeit für eine wichtige Durchsage von allgemeinem Interesse. Denkt daran, Leute, wenn die Raiders kommen... Sie sind ein echter Held, dass Sie die Goule erledigt haben. Ja, oder? Das war der Hammer, wie Sie die Goule erledigt haben. Wahnsinnsshow. Morgen. Morgen. Hey. Sie haben uns doch die Goule vom Hals geschafft, stimmt's? Oder war das jemand anders? Nein. Nein. Das war ich. Es ist sauber und sicher, seit diese Goule weg sind. Und Tenpenny weiß, wie er die Lounge aufstocken muss. Schauen Sie mal auf einen Drink vorbei. Ist klar, genau. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Ich grüße Sie. Ops. Vielleicht ist es auch einfach zu spät und ich warte mit zu warten. in in der Nähe aus ich bin jetzt leicht verwirrt wieso komme ich da jetzt in den raum nicht rein das ist ein kleiner Schmarrn er ist auch hier früher morgens los ja ne irgendwie ist das ganz komisch egal ist jetzt wieder keine ahnung wie sie es geschafft ihm gehört ihm ja ja hallo bei mr. berg und tempendorf hallo hallo Mr. Burr Ich grüße Sie Ich grüße Sie Mr. Burr 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 Ach mei, ich suche mir schon wieder zum Wolf Mr. Burr 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 ich bin Shakes Ich hätte gerne einen Drang Ich verstehe, Sir Er ist der rechtmäßige Herr und Gebieter Wenigstens steht Ja, ich muss jetzt gehen Ich muss noch schnell diesen Ich muss den Brat Foxy suchen Ja, es ist einfach durch und durch fabelhaft hier Ein bisschen Geld auf jeden Fall Ja, ich muss gehen Tja Ja, hau ruhig ab Hier scheint er nichts zu sagen Dann kann ich jetzt nur noch in den oberen Etagen nachschauen ob Mr. Burger King so ist Hallo Ja Hier ist auch kein Mr. World Ich zieh schon wieder Hier ist auch keiner Hier ist auch keiner so jetzt sind wir doch eigentlich schon wieder in der letzten Etage und die halbe Stunde schon der reiht die Kuhl erledigt haben ich bin der größte Momfakel Schade Langsam schieb ich Frost. Jetzt... ...zach, die... ...zach, die... ...zach, die... Oh, man kann ja nicht alles haben. Ja. Ja. Mr. Berg, ja. Ja. Oh, ich sehe kein Mr. Berg. Oh, ich sehe kein Mr. Berg. Nein. Da. Wieso ist die Tür geschlossen? Nein, Mann. Ich muss zu euch. Hallo. Ich grüße Sie. Ja. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Ja, ja, ich möchte rein, Mann. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ich grüße Sie. 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 Alles klar, Leute. Macht's gut. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie.